Jeden Tag finden tausende Cyberangriffe statt. Niemand nimmt davon Notiz, denn sie bleiben uns verborgen. Am 17. August 2017 änderte sich das – live mitten in der Bankenmetropole Frankfurt. In unserem Experiment bekamen Cyberangriffe erstmals einen Klang. Mitten im Alltag wurden Menschen plötzlich mit diesen sonst verborgenen Attacken konfrontiert. Die Quelle der Töne – per Algorithmus hörbar gemachte Cyberangriffe, die in genau diesen Momenten stattfanden. Eine Erinnerung daran, dass die digitale Welt fester Bestandteil unserer Wirklichkeit ist. Angriffe passieren kontinuierlich und passen sich schnell an. Cybersicherheit ist deshalb ein unendlicher Prozess. Nur wer sich ständig weiterentwickelt und sich genauso schnell anpasst wie die Angreifer, bleibt sicher. Hören Sie, welche Angriffe jetzt gerade in Ihrer Region stattfinden. Angriffe Dauer Angriffe S shoe Untertitelung, ob man conversions